So, und damit geht's weiter mit der nächsten Folge und ja, letztens ist leider was echt ganz Beschissenes passiert. Ich hab über eine Stunde aufgenommen und dann hatte ich mein PC einen Blue Screen, den er mittlerweile übrigens die ganze Zeit hat, komischerweise, was gar keinen Sinn ergibt, denn ich hab alles nur aufgesetzt, ich hab wirklich fast alle Festplatten formatiert und jetzt fangen wieder Probleme an. Ich hatte das schon mal, kurz nachdem ich auf AMD umgestiegen bin und jetzt fängt's wieder an, ich weiß es nicht, super nervig, ja, auf alle Fälle, ich hab eine Stunde, also ich hab gelevelt, ich hab mein Ringmaster 75 gelevelt, ich hab was hab ich noch was gemacht, genau, wir haben hier Evilus gefarmt, erfolgreich und wir haben auch was getroppt, wir haben hier zum Beispiel den Bogen getroppt, ja, hier der schöne Ball of Evilus, ein Ulti. Es waren zweieinhalb Runs, denn im letzten Run, kurz bevor der Boss wieder down war, ja, dachte sich mein PC so, nee, jetzt reicht's auch schon wieder so, der Boss bei 20%, nee, das wär halt irgendwie langweilig, wenn das jetzt schaffen würde und so und, ähm, warum auch, also, wär ja lame. Ja, also ich war gestern echt ziemlich angepisst, vor allem, ich hab so viel erzählt und so viel gesagt und geredet und, ähm, bin noch auf Kommentare eingegangen, beziehungsweise auf ein paar, äh, Nachrichten, die mir geschrieben wurden und, ähm, ich bin, ich war gestern echt so mad, ich hab den PC ausgemacht danach, also, nachdem der gestartet ist und bin einfach direkt ins Bett gegangen, effektiv. Ähm, ähm, ja, ich, ich bin auch immer noch angepisst, ganz ehrlich, weil, ich mein, ausgerechnet, ich mein, die letzte Folge, die letzte Folge, Folge 13, glaub ich war das, oder, nee, 14, glaub ich, müsste es sein, die war nichts Besonderes, okay. Ähm, ähm, aber genau diese Folge, genau diese Folge, die wirklich wichtig gewesen wäre, wo wirklich so viel gemacht hat, wo so viel passiert ist, wo ich so viel erzählt habe und so weiter, genau diese Folge ist einfach verloren. Ja, natürlich dann im Schluss, äh, äh, korrupte Aufnahmedatei und so weiter, ähm, versucht wieder herzustellen, ging nicht. Ah. So, durchatmen. Ja. Also, ich hab gestern ein bisschen angefangen zu erzählen, dass ich halt aktuell auch gar nicht viel Zeit, eigentlich auch gar keine Zeit zum Aufnehmen hab, das macht das Ganze natürlich noch ironischer. Ähm, natürlich, äh, fangen dann auch die Probleme genau in dieser Folge an, beziehungsweise genau in dieser Folge, ähm, ja, diese Folge stellt sich aus Zeitverschwendung heraus. Long story short. Ähm, ich hab mal wieder, in Anführungsstrichen, oder noch immer besser gesagt, ähm, Problem mit dem Finanzamt und ich, mir wurde geraten, nicht so sehr darauf einzugehen, ähm, ich werd einfach nur mal so ganz grobe erzählen, was los ist, ohne jetzt auf Details anzugehen, also, ähm, also, es ist wirklich, es ist total verrückt, also, das Ding ist, ich hab das Gefühl, dass es sowas Persönliches, also, ähm, um das gleich mal irgendwie kurz zu machen, ähm, bei Behördenpost ist es ja so, ähm, es gibt, wie für alles gibt's natürlich da auch Vorgaben, ähm, nach einem Tag müssen 70% der Briefe angekommen sein, nach drei Tagen sind es, glaub ich, 95% oder 99%, glaub ich, sogar. Äh, ähm, und nach sieben Tagen müssen alle angekommen sein. Mein Brief kam nach exakt sieben Tagen an. Exakt sieben Tagen. Und die Distanz zum nächsten Finanzamt, beziehungsweise, woher der Brief stammt, äh, äh, sind 15 Kilometer, das heißt, entweder kann Behördenpost nur zwei Kilometer am Tag sich fortbewegen, oder, dass es halt einfach wirklich was Persönliches ist und ich glaube, es ist ja was Persönliches, ansonsten würde dieser Brief nicht wirklich exakt sieben Tage halt, ähm, nach der Bestimmung halt eben ankommen, ähm, was ich halt wirklich schon ziemlich absurd finde. Und, ja, die, die Sachen, die gefordert werden, sind in dem aktuellen, also sind generell auch in dem ursprünglichen Zeitfenster vollkommen unschaffbar, ähm, und, oder im aktuellen Zeitfenster sind, ist es noch immer, äh, unschaffbar, wirklich. Also, um es kurz zu machen, ich soll für mehr als 5000 Transaktionen, ähm, den täglichen Marktwert errechnen. Dieser Marktwert ersetzt sich dann aus der Quelle von drei verschiedenen Börsen zusammen und ich habe dafür jetzt so effektiv 18 Tage Zeit. Ähm, wenn ihr mal das Ganze zur Gruppe ausrechnet, beziehungsweise, was ich ausgerechnet habe, dann wären wir bei circa roundabout 11,5, 12,5, 13 Stunden pro Tag, wo ich dran sitzen müsste und diese Transaktionen auflisten müsste. Also, das ist menschlich nicht machbar, finde ich. Also, absolut nicht machbar. Und natürlich, das sind halt so eine, äh, äh, also, ja, wie gesagt, es sind, es sind Sachen, ich meine, die haben diese Infos, die haben alle Infos, ich habe auch, ähm, mittlerweile mit zwei Steuerberatern Kontakt, ähm, beide sagten, das passt so, ähm, und, ja, also, ich bin der Meinung, das ist einfach wieder irgendwas Persönliches sowieso, ähm, interessanterweise, der eine, der hat eine, äh, größere Steuerkanzlei und der meinte eben so, dass es auch bei ihm Mandanten gibt, die, äh, mit Krypto komplett aufhören, ähm, weil die einfach jetzt jedes Jahr so ein, so ein Geschiss einfach da, äh, draußen machen und, ja, also, äh, ich will, ich will jetzt nicht urteilen, ob es was Persönlich-Persönliches ist, ob es einfach ist, äh, weil ich Krypto mache und, äh, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, neidisch sind oder sonst irgendwas, keine Ahnung, ähm, aber eins von beiden scheint es zumindest, ähm, oder eines davon scheint es zumindest daraus wird zu sein und, ja, das ist natürlich wirklich ziemlich absurd einfach, ähm, ja, normalerweise sollte es ja so laufen, dass man seine Steuern bezahlt und man gerecht behandelt wird und, äh, nicht irgendwelche, irgendwelche Strafaufgaben im Prinzip bekommt, ähm, es geht darum halt eben, den Steuerwert zu ermitteln und um nichts anderes, aber was hier halt eben abgeht, ist wirklich, äh, wirklich, also es ist wirklich unfassbar. Und ich muss auch sagen, ich bin, ich würde mich, glaube ich, noch viel mehr aufregen, wenn ich nicht wüsste, dass das Ganze nicht mehr lang so sein wird, ähm, einfach diese, diese Perspektive, dass ich sagen kann, zum Glück, wirklich zum Glück wandere ich aus. Ich sage nicht, dass es irgendwie in Österreich oder vielleicht auch in Italien besser ist, ich weiß nicht, wohin es geht, Südtirol oder, ähm, was ja eben Teil von Italien ist, offiziell, ähm, oder eben Österreich. Und ich sage, wie gesagt, nicht, dass es so viel besser ist. Kann sein, dass es genauso ist. Oder, also genauso wird es nicht sein, das weiß ich sicher, ähm, schon mal auch bestätigt, aber es kann sein, dass es trotzdem nicht, äh, ähm, um 200% besser läuft. Das ist mir schon klar. Aber was ich zumindest weiß ist, ähm, so wie es hier läuft, scheint es im Ausland nicht zu sein. Ähm, also hier scheint es wirklich schon eine ganz besondere, ähm, Art von Abfuck zu sein. Und ich bin so froh und ich bin so happy, wenn ich aus diesem, aus diesem Hamsterrad hier einfach mal raus bin. Und allein die Perspektive, dass ich hier dann einfach nicht mehr da sitzen werde und dann in den nächsten Jahren immer noch, äh, Steuererklärungen für das deutsche Finanzamt machen muss. Ähm, allein das finde ich halt wirklich schon mal ziemlich angenehm, diesen Gedanken. Also das ist wirklich schon mal, ähm, schon mal schön. Genau. Ja, nee, also ich kann einfach nur sagen, mich hält hier wirklich gar nichts mehr. Also diese ganzen Probleme, die ich hier hab, ähm, die eben wieder von vorne anfangen. Also es ist immer wirklich so ein, ähm, es wiederholt sich immer wieder so. Die Geschichte wiederholt sich einfach immer und immer wieder. Nicht immer das Gleiche vielleicht, aber, äh, so effektiv, ähm, kommt's aufs Gleiche raus effektiv. Ja. Und... Ja, also, äh, ich brauche jetzt nicht mehr genauer drauf eingehen, glaube ich, äh, zwischendurch zumindest mal so grob, was mir los ist, ähm, warum ich aktuell auch wirklich gar keine Zeit habe. Ich weiß, ich werde dauernd im Discord angeschrieben von tausend Leuten. Ich kann einfach nicht antworten. Es tut mir leid, aber ich kann nicht antworten. Ähm... Wieder nichts getroppt? So, jetzt passiere ich direkt die Aufnahme und fange dann neu an. So, beziehungsweise keine neue Aufnahme, aber die alte Aufnahme soll erstmal gespeichert sein, Okay, das war jetzt Run Nummer 3 mit einem Drop bisher nur. Das ist ein bisschen langweilig. Ich hatte gehofft, dieser Drop würde jetzt, also, dieser Dungeon würde vielleicht irgendwie halbwegs gut, äh, gut droppen. Ich meine, wir brauchen einen Knuckle und halt idealerweise noch einen Schild, nee, ernsthaft, wir brauchen einen Schild und idealerweise noch einen Knuckle. Ähm, ja. Hm. Ich habe übrigens auch das Petcast noch erweckt mit 7% Attack-Speed. Ja, 8% Attack-Speed. Und, boah, ich weiß gar nicht, was überhaupt alles fehlt von der gestrigen Aufnahme. Das ist super nervig. Was habe ich da noch alles gemacht? Ach ja, ich habe noch die Post entgegengenommen. Stimmt. Ach man. Hm. Jetzt weiß ich nicht mehr die Namen. Jetzt kann ich mal nachschauen, wer mir was geschickt hat und mich nachträglich bedanken, weil ich die Namen nicht mehr habe. Auf alle Fälle, falls du Zuschauer hier gerade mir was geschickt hast, äh, ganz großes Dank an dich auf alle Fälle. Äh, ich kann dich leider nur nicht beim Namen nennen, weil ich den Namen nicht mehr habe. Das ist toll. Ja. Es ist wunderbar. Naja. Aber man kennt es ja, wenn mal irgendwelche Probleme auftauchen, dann kommen alle gleichzeitig. Ja, dann weiß ich nicht. Macht der PC Probleme, macht Finanzen Probleme, macht dies, macht das Probleme, kommt ein Umzug dazu. Äh, kommen vielleicht noch gesundheitliche Probleme dazu. Wenn, wenn es immer losgeht, dann, dann, dann direkt. Dann, dann volle. Dann Vollgas. Dann immer. Dann, dann wird es richtig, dann wird es richtig mies. Naja. Super ist das gleiche Level ab und wir haben es immer noch nicht, äh, das Level gechanged. Ist immer noch bei 1, 2, was halt echt schlecht ist für uns. Ich glaube, 10 Millionen kostet das, das einmal re-rollen. Zu re-rollen. Achievements. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz durch. Claimable. Nehmen wir mit. Exploration. Boah, war denn hier PVE war das, glaube ich, oder? Ah, jo. Ja, 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 ja. Triller Defeaten. Hier, 15 Mal, 15 Mal 5% darf schon besser ziehen. Mhm, 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 mhm. Den farme ich auf gar keinen Fall. Melee Block, 5%, oh. Das ist aber nett. Das ist aber in Ordnung, wobei. 50 Gigs muss ich killen. Also 50 Gigs wird die ganze Weile down. Wir können immer nur 2 gleichzeitig farmen. Range Block, Baby-Clock. Baby-Clock. Oh. Wie oft müssen wir 100 Mal Clockworks killen? Weiß ich jetzt nicht so. 125 Attack dann wieder. Nook, du Vehicle. Welche Level fahren die denn gleich nochmal? Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr. Attack Speed 10%. Crit Damage. Ja, jetzt kommen wir langsam so. Warte, wir sind doch sogar in Lower, oder? Vom Level her. Jump Hight. Ähm, joa. Bow, Knuckle. Hier, das Ding braucht man. Ja, müssen wir mal schauen, also. Hm. Dachten, PvP-Pairwood entfernt. Scheinbar noch nicht von den Pets, scheinbar. Scheinbar, scheinbar, ja. Hm. Okay. Dann wissen wir auf alle Fälle, was wir farmen und nicht farmen. Also Behemoth wäre natürlich, äh, ja, genau. Behemoth, hören wir hier mal farmen. Ähm, Clockworks wäre natürlich, äh, absolut Premium. Das Ding wäre natürlich auch absolut Premium. Ähm. Ja, was dann kommt, dauert noch zu lang. Aber ja, CW zu farmen wäre natürlich schon geil. So, jetzt kann ich nochmal voten. Eben ganz komisch. Teilweise mit den Votes ist es aber echt komisch. Also, wenn man um 0 Uhr umvotet, äh, dann funktioniert das irgendwie manchmal nicht. Also, ich hab, ich hab wirklich gevotet, ich hab jetzt keinen Videobeweis, aber ich hab wirklich gevotet, ähm, und da kam nichts an. Also, die Votes gingen durch. Und es steht trotzdem halt irgendwie Not Voted Today. Gut, jetzt probier ich mal, ob ich nochmal voten kann. Ähm, vielleicht geht nicht ganz sicher. Irgendwie ist es schon ein bisschen komisch. Jetzt bleibt die Website gerade aktuell wieder nicht. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber eigentlich nicht. Mein Ping ist aktuell gut. 16 MS. Hm. Genau, Nackler übrigens auch nochmal erweckt mit 5 STR. Ja, unfassbarer Awake ist es. Es ist unglaublich. Ich kann es selbst noch kaum glauben. Einfach 5 STR auf dem Nackler erweckt. Ich mein, schon, schon heftig. Also, ich würde dafür es halt schon eine Rangliste geben oder so. Gehen andere Webseiten? Ja. Ja, andere Webseiten geben. Hm. I don't know. Naja, macht ja nichts. Hm, jetzt wird sie weiß. Genau, die Teile habe ich noch von... Oh Gott, wie hieß die? Nicht kleine Hexe, alte Hexe, junge Hexe? Shit, wie hieß die denn? Ist das in der Gilde? Nette Hexe? Ich weiß es nicht, weil ich kann doch nicht zurückschicken. Ja. Also, falls du gerade zuschaufst, bitte melde dich bei mir einfach, dass ich die zurückschicken kann, weil ich habe die schon gefarmt, ähm, was allerdings erst in den nächsten Folgen zu sehen war. Ähm, genau. Ich weiß gerade nur den Namen nicht mehr aus dem Kopf, deswegen melde dich bitte bei mir. Entweder per YouTube oder per Discord oder, äh, auf welchem Weg auch immer, melde dich einfach. Ingame gehen natürlich auch, klar. Na, die Webseite lädt nicht. Schade. Schade, schade. Aber ja, ich muss was sagen, der Boss verarmt sich doch aktuell ziemlich gut eigentlich, oder? Also, es ist sehr, äh, sehr zufriedenstellend momentan. Also, auch der Grund, ich meine, ich glaube, der einzige Grund, warum es wirklich halt so gut geht, ist, ähm, ja, weil wir halt hier, äh, die Blockrate haben. Also, wir haben, ich habe es gestern schon gesehen, wir haben unfassbare 35% Block. Ich weiß auch gar nicht, woher die kommen. Ich meine, das Set bringt hier, komm, Carsten, 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 ähm, bringt leider nur 8%. Catchreflex bringt nur Rangeblock. Also, ich weiß jetzt echt nicht, woher die Blockrate kommt. Also, die kommt scheinbar irgendwoher. Aber keine Ahnung, woher. Also, die Decks können es eigentlich auch nicht ausmachen. Also, könnten schon, aber ne, eigentlich auch nicht so viel, so viel Blockrate. Äh, ne, ich weiß wirklich nicht. Also, irgendwoher kommt die Blockrate, aber ich habe keine, ich habe keinen Schirm, woher die kommt. Weil nichts bringt hier irgendwie Blockrate sonst. Ich habe gestern schon, ähm, äh, ja, alles durchgeschaut und habe mich gewundert, so, hä, woher kommt das und so. Ähm, aber da ist nichts. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wir haben die Blockrate einfach. Sie ist einfach da. Sie ist einfach da gespawnt, irgendwie oder so. Keine Ahnung. Also, natürlich ist es gut und schön und ich schwöre mich auch nicht drüber, aber ähm, es ist halt nicht nachvollziehbar. Das ist gerade das Problem. Ich meine, auch Rangeblock haben und 29%, was da eigentlich gar keinen Sinn ergibt, irgendwie. Und bringt das Rangeblock? Okay, es bringt zwar Rangeblock, aber 8% und 10% ist halt auch wieder, ähm, ja. Ja. Genau, ich habe gerade das Angebot nochmal angenommen, äh, von iDemon, ähm, das hat mir eine Lifestyle-Clue verkraftet. Äh, ich weiß, ähm, jetzt nicht, ob das jetzt mir übel genommen wird, aber, ähm, natürlich ist es so ein bisschen Quality of Life und mir jetzt wieder nichts getraubt. Come on. Ähm, ähm, ich glaube, es macht uns halt, also gerade wenn wir halt Sachen solo farmen wollen, macht, äh, uns das, ähm, erleichtert uns das zumindest sehr viel. Und, ähm, ja. Deswegen dachte ich mir, macht dann vielleicht schon Sinn, äh, oder sogar Buffs. Och, du kannst sogar buffen. Wo geht er hin? Äh, äh, sag ich überhaupt mal nebenbei? Ne, der Website ist gerade irgendwie total langsam. Ja. Ich pass immer so lange die Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. die Aufnahme. Genau. Ja.